Ja, ich bin die, also ich bin die liebe Kathi. LPL, eigentlich wäre das LP geschrieben. Ja, da ist sogar der Slidecraft. Und da ist sogar der... The Kingcraft. The Kingcraft, yeah. Ähm, ja, da steht sogar drauf. Du siehst, der spielt ne Biene. Nicht ne Biene, sondern ne Fliege. Ähm, nicht ne Biene, ne Fliege. Ähm, also ja. Wenn ihr mich nicht kennt. Ich heiße... Kati. Ja, PL. Ich hab ja nur falsch geschrieben. Mein Bruder hat den Kanal... Mein Bruder, das Langkopf, hat den Kanal gemacht. Und der hat mich falsch... Ey, P hat das falsch geschrieben. Buh. Ich hab da jetzt wieder abgemacht. Kati, PL. Play, Kati, Play. Was ist das denn? Äh, LP, so wie... Let's Play, Kati, Let's Play. Oh, egal. Ähm, ja. Ähm, das ist Mitten danach, ne? Mein Cousin hat eben ein Video gemacht vor... Keine Ahnung, vor... Ja, das ist mein Cousin. Vor 20 Minuten oder so? Ja. Dieser Kingcraft ist mein Cousin. Das war sein erstes Video. Auch Agario, ne? Ja. Ja. Und das ist auch sein erstes Video. Ich hab mein... Mein erstes Video bei Minecraft. Ich hab schon mehr Videos. Ja. Aber Minecraft-Videos werde ich jetzt echt... bisschen seltener machen, weil ich... So, ich mach jetzt mehr so... Hm. Keine Ahnung. Mir fällt irgendwie gar nichts mehr an, wenn ich es zu Minecraft machen soll. Aber wenn ich Videos noch mach... Also... Keine Ahnung. Schreib mal bei... The Kingcraft... Ja, richtig. The Kingcraft mal in den Kommentaren, was ich vielleicht machen soll. Wir filmen mich kein Scheiß ein. Ähm, ja. Hm. Und schreib mal auch, was der Kingcraft... So, auf wie wir das machen soll. Wir werden, ähm... auf meiner Playstation bald ein Projekt anfangen. Mega-Projekt, ne? Ja. Auch Minecraft mit dabei ist. Das ist Handcraft. Ja. Aber ich, ähm... Ich weiß es nicht, ob ich eher dabei bin. Ja, und am Anfang... Ich weiß es nicht. Und vielleicht noch ein paar von mir Freunde. Äh, hier. Nächstes Mal... Nächstes Mal kannst du ja zwei Joysticks mitnehmen. Cool. Da kann ich ja... Ja. Joysticks sind das gleiche. Ja, dann macht sie übrigens. Ähm... Ja. Also... Ja. Ähm... Das wird nämlich echt selten sein, dass ich da vielleicht komme. Ähm... Bei dem Mega-Projekt, aber... Hm. Also, das ist echt selten. Das nenne ich eher im Kanal. Ich weiß nicht mehr. Vielleicht weiß ich euch in den Kommentaren, wie das... Ja. Ich weiß, glaub ich. Das hab ich vielleicht ausgedacht. Ich weiß ja nicht. Nicht da reingehen! Willst du, willst du kleine Biene sein? Ne. Guck mal, das ne Biene? Das ne Fliege. Ja. Biene mal, ja. Biene mal, ja. Biene mal, ja. So. Ich trinke mal so'n Schluck, also bei der Aufnahme, ne? Ne. Ne. Scheiße, doch. Ich trinke mal was. So. Unterhaltet euch doch. Hab ich extra gemacht damit. Ich bin hier, glaub ich, zu unterhalten. Hier, oder was? Nein, bin ich nicht. Ähm... Nein, ja. Ich bin jetzt, um zuzugucken, wie das Grün so an ist. Guck mal, mein Bruder guckt sich die ganze Zeit nur seine Videos. Nein, ich guck erst mal, halt. Du warst in der Arbeit. Hast du auch Stimmen? Och. Eine Banane. Ich bin eine Banane. Hm. Es ist mitten in der Nacht. Von wem 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 wem. Hm. Hey, wieso ist der? Wieso? Ich warte doch gleich. Bisschen gleich gut. Hm. Hm. So, was anderes hier zu tun? Ich will stopp. Ich will jetzt ein anderes Spiel. Vielleicht. Naja, du musst ja das gleiche spielen. Ich will spielen. Okay. Okay. Und ich glaube, ihr, jetzt gleich werde ich das Video beenden. Mal gucken. Falls, wenn keine Errore kommt. Es sind drei Minuten, oder? Äh, ja, nach drei Minuten. Okay. Ich habe gerade den. Also, ich habe gerade ein bisschen los. Ich stöte, glaube ich nicht. Was? Ich glaube, das stört nicht. Was? Stört, glaube ich nicht. Also, schreibt mir einfach in den Kommentaren, ob ihr die Video voll cool für ihn fandet. Ich glaube nicht so. Ich glaube nicht so. Ist das ein erstes Video. Ich werde jetzt nicht sofort tausend Abonnenten auf einmal kriegen. Ja, ich will so ungefähr. Also, immer wenn Plus 50 mache ich immer Abonnenten. So mache ich zum Beispiel Mix mit Agari oder Minecraft oder so. Also, kannst du hier eigentlich auch so einen Stopp in was machen? So Stopp also auscutten? Ich weiß nicht, ob es geht. Nein, wir sehen uns nicht weiter. Äh, wir sehen uns nicht mehr mit uns. Das war ja. Wir sehen uns Dwight, das war ja! Aber wir sehen uns vorher noch drei Minuten. Nein, aber wir sehen uns mal wiederum. Wir sehen uns doch noch, als wir sehen uns jedenfalls. Oh, ja, das ist doch wie das. Wie das ist, gerade für mich? Es ist doch so. Und das ist eigentlich nur ein Projekt. Oh, nein, ich glaube vielleicht auch nicht. die oder ich auch vielleicht ich auch und 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 vielleicht und wir machen wir machen im Projekt vielleicht genau wir machen vielleicht im Projekt Traps ja halt auch mal Waren mit den anderen Communities such dir hier halt man man darf glaube ich wir haben Waren ohne Teams wir haben jetzt 20 Sekunden Abhauzeit wenn jemand halt gestorben ist, ist sofort raus aus dem Projekt und warum machen wir ja wenn ihr dabei sein wollt dann ja bei bei Etis also sein Meistungsname heißt so aber ich nenne ihn Steinkroft und mein echter Name Lucas ist ja 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 und ähm wieviel Minuten noch ja noch 20 Sekunden ok 19 18 ja wir können uns eigentlich schon vorabschieben ja ich zeig euch noch ja ich sag nur mal und tschüss nein wir gar nicht also ich sag jetzt mal tschüss ja und wir sehen uns tschüss 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 tschüss